hey leute ich bin das dax und 1800 und herzlich willkommen zu einem naja sagt man so mal wieder ein kleines ja es ist kein display aber sagen mal so ich mache ein kleines video und zwar möchte ich jetzt einfach nur mal für euch mal wieder ein bisschen super marl bros zocken von austaus also super nintendo super marl bros meine ich also die super nintendo version von super marl bros meine ich so wollte ich das sagen möchte ich jetzt einfach nur mit euch spielen und ich würde sagen der mit nur gleich anfangen können fangen wir einfach auch gleich mal an und dann mal los super mario aus da ist ja weil dann wollen wir doch mal anfangen leute Oh, oh, hallo, ah, Super Mario! das problem hat dann eben gleich noch mal gut neuer versuch hoffentlich funktioniert jetzt okay funktioniert nicht ja okay finde ich ja ganz toll danke darf ich aber da jetzt irgendwie auch das spiel spielen doch komm schon du bist einmal wieder super mal bros spielern darf das nicht was ein scheiß meine lieben damen und herren was ein scheiß ist und an leute versuch hoffentlich und versuche ich hier scheint eigentlich alles in ordnung super mario bros spiel danke ich spiel jetzt die hintergrundmusik von gott ich verstehe es doch selbst gerade nicht leute ich verstehe es doch selber nicht ich weiß nicht was ich verstehe nicht was ist das was ist da oben ich will doch nur super mario bros spiel bitte jetzt bitte jetzt nein warum ich will das mal bros spiel okay leute jetzt mal ohne witz okay das ist jetzt hier kann nur eine kleine corruption wo ich hier macht und ja das ist nicht nur ein bisschen ausprobieren hier im programm was ich hier habe und damit machen wir ein bisschen die spiele kaputt und das möchte jetzt trotzdem mal spielen weil das sie vielleicht spielbar aus wenn man sich nicht selbst okay nein danke würde ich jetzt gerade eben getötet ich will nur ein wenig super mario bros spielen okay anscheinend dann halt eben auch nicht okay ich habe mich wirklich sehr arg liebe das sieht sehr schön aus dass sie sehr spielbar aus ich muss ja schon die steuerung mal wieder verstehen was ist alles für zwei welt und was soll das ob wir auch der hintergrund also ich finde es ist okay da fehlt ein blog sagt nur sogleich die 2000 sollte nicht noch mal ja warum nicht danke aber ich habe nicht mal irgendwie gesteuert oder sonst was also dürfte ich wahrscheinlich dann auch mal okay mario warum wie machst du das mario kannst du mir das bitte erklären wie du das anstelle ich würde es auch können oh das klang sehr schön oh das klingt sehr schön ja okay marios kopf ist einfach mal da hinten was so hölle oder wenn ich das spieler so komische sachen die wort durch die gegen flieger herzlich willkommen zu super horror mario bros soll ich das wirklich spielen das ist keine musik äh das ist kein das ist k physics 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 no physics 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 100 ich kann mich noch immer kontrollieren wo bin ich Was ist passiert? Okay, das war ja strange, aber Das ist auch strange Was ist das? Das ist keine Musik Was ist das? Ja, danke Ich brauche eh einen neuen Pixel Hintergrund, also vielen Dank dafür Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist doch keine Musik, das ist Qual Ja, okay, gut, noch nicht Ja, okay, ja Ja, was? Ja, hallo? Spiel? Ja, fick dich Darf ich jetzt Super Mario Bros. spielen? Nein, darf ich nicht Ich hol Oh ne, oh mein Gott Oh, danke schön Okay, ich glaube, das heißt Nö, darf ich nicht Super Mario Bros. spielen Das ist auch nicht Das ist auch nicht Äh, okay Was? Wisst ihr, brauche ich die Musik noch gruseliger machen, wie sie eigentlich schon ist Oder wir lassen einfach nochmal das Spiel abstürzen Wow Okay, ernsthaft, 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 ernsthaft Ne, ernsthaft jetzt Ah, Alter, du kannst doch nicht ganze Zeit tausendmal abstürzen So, hoffen auf ein gutes Spiel Hoffen auf ein gutes Spiel Was? Deutsch 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 Okay Ihr wisst schon, dass man Deutsch so nicht schreibt Aber Spiel ist so weit, dass man das so schreibt Dann wird das schon okay Okay, okay Was? Äh, was? Ja, ähm Wenn ich erst mal Ich glaube, ich kann mich nicht mal bewegen Was macht Yoshi da? Äh, Jo Okay, gut Gib mir halt kein Boden Was zur Okay, die Ähm Ja, die Yoshi-Köpfe sehen auch sehr schön gesund aus Ich kann mich auf der Karte nicht bewegen Fuck Mario is never going to save the princess Because you stuck on the map Jo ok ich sehe ganz viele os und 0 b und ich sehe nur wo und will und law und ich sie in l und t und überall das ist es ein nintendo acht leute willkommen in der das ist das ich hab noch mal wo wird das moment moment das ist und wenn ich das mag ich das mario der buch das ist zombie mario der hat nämlich keine augen oh ich darf mal ein rennen machen soviel zu ich darf ein rennen der sound spackt ab spiel der sound spackt ab absolut eine urge also würde das weiß noch ein schönes finale footage finale kann das nennen aber es ist jetzt jahren dieser schritt vorbei mal vielleicht hier sehen kann steht jetzt dass mein emulator mal wieder abgestürzt ist und ja emulator EA Eeeeeeeeeeeeeeeuu Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.